Konzert für zwei Violinen, Streicher und Bassokontinuo in D-Moll, Werkverzeichnis 1043. In einer Aufnahme aus einem Konzert von 1963 in der Philharmonie hören Sie Michael Schwalbe und David Eustrach Violine, sowie das Berliner Philharmonische Orchester. Die Leitung hat David Eustrach. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020